Und was ist das für ein Baum? Das ist eine Fichte. Manche Leute sagen auch Rottanne dazu. Früher hat man gesagt, das ist der Brotbaum Deutschlands. In vielen, vielen Wäldern braucht man Fichten für Bauholz, für Dachstühle und so weiter. Und woran erkennt man diesen Baum? Natürlich, wenn man hochschaut, hat er plötzlich keine Blätter mehr, sondern die Blätter sind Nadeln. Und die Fichte hat, wenn man ein bisschen dran, schau mal, wenn man hier runter geht, so eine schuppige Rinde, die nur beim drüber streichen ganz leicht abbröselt. Ansonsten ist sie eine rote Rinde, darum wird sie auch so landläufig, manchmal auch Rottanne genannt. Was ist denn mit diesem Baum hier passiert? Ja, Caroline, hier haben wir ein paar Bäume wegmachen müssen und da ist eine Beschädigung passiert. Und jetzt haben wir plötzlich Nadelhölzer, die ja Harz produzieren. Und wenn du genau hinfühl mal hin, der Baum hat schon mit dem Harz die Wunde verschlossen, damit hier keine Pilze und keine Insekten eindringen können, die dem Baum schädlich werden können. Das hat jedes Nadelhölz, die Fichte, die Lerche, die Kiefer, die Douglasie, hat die Möglichkeit mit dem Harz Wunden zu verschließen. Und jetzt eben, was gibt es dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017